damit mal willkommen mit einem neuen Jobvideos auf YouTube. Ich hoffe euch geht es gut. Ja Freunde ich muss es euch nochmal erklären und zwar wegen dem Praktikum. Ich bin ja jetzt für zwei Wochen im Praktikum. Das heißt da wo eigentlich Jobvideos kommen geht es nicht weil ich dann da noch im Praktikum bin. Ich arbeite von 8 bis 14 Uhr und das heißt die ganzen Jobvideos die kommen dann einfach später oder abends. Du merkst ja auch gerade. Die Jobvideos kommen halt jetzt für zwei Wochen lang halt abends. Und die Streams die werde ich dann nur noch aufs Wochenende verschieben. Das heißt unter der Woche geht es überhaupt kein Stream. Weil ich halt im Praktikum bin. Wenn das Praktikum zu Ende ist, dann versuche ich dann wieder unter der Woche zu streamen. Ähm ja. Vielleicht werde ich heute schon versuchen zu streamen. Vielleicht aber auch erst am Wochenende. Das heißt Samstag, Sonntag. Aber trotzdem schauen wir mal uns an was wir heute in so einen Shop haben. Piz and Karten in der Beschreibung verlinkt. Sowie meine sozialen Medien. Dann schauen wir uns mal ein was wir hier so haben. Wir haben einmal so mit frittiert. Ich kann heute auch nicht gucken wie selten das ist denn. Ja. Ich mache das ohne heute mal wieder. Aber wir haben heute trotzdem heute was seltenes. Dann ist dieser Skin auch noch im Shop und der und dafür die Spitzhagen draußen. Dann haben wir hier einmal Pizza Party. Die Goldgräberhacke. Dann haben wir hier hier Schädeline. Zweitstil Rücken. Das war ist dann ein Herz. Muss man dafür ein paar Challenges machen. Dann haben wir hier heute neue Lackierung von der Zeitung. Hier. Hier und wie sieht alles auf dem Helios. Hm. Kaufe ich mir vielleicht. Dann haben wir hier den. Hier mal wieder zurück. Und Das ist heute das seltenste. Das ist glaube ich schon nach 400 Tagen oder irgendwie zurück. Auf jeden Fall ist es selten in diesem Maut. Dann haben wir Astra mal wieder zurück. Da bewegt sich das. Da sind halt Sterne. Die Lackierung. Die Lackierung. Und das war's. Dann haben wir hier heute wieder den Taxi-Skin. Für, ähm, lohnt sich, weil es jetzt auch ein zweitstil bekommen hat am Dienstag letzte Woche. Ähm. Kohlenfaser. Auch Kohlenfaser. Auch Kohlenfaser. Dann haben wir hier die ganzen Dino-Skins mal wieder zurück. Ringe, Gleiter, Spitzelöcke und Ristall. Dann haben wir heute ein neues Paket. Das ich euch gerne auch mal zeigen. Die drei Sachen, die gehören zu einset. Die drei Sachen, die gehören zu einset. Und das hier gehört zu einset. Dann muss ich sagen, da finde ich das Paket nicht überteuert. Sind schon richtig cooles Skins dabei, aber für zwei, acht finde ich das echt übertrieben. Ihr seht, wie viele Pakete mittlerweile im Shop sind. Hallo? Fortnite ist geldgeil geworden. Eins, zwei, drei, vier. Vier Pakete. Hallo? Fortnite? Können wir irgendwie Fortnite retten, indem ihr mich abonniert und die Glocke hat und vorwilligerweise ist ein Like da, dass das wieder mich, den und ich finde, echt sehr, sehr freuen. Ihr unterstützt mich einfach mit einem Abo oder so. Wie gesagt, ich habe einen Shop, die kommen halt dann jetzt abends und vielleicht auch ein Stream, ich weiß es halt nicht. Aber am Donnerstag werde ich versuchen zu streamen, weil da kommen die neuen Challenges raus und da werde ich versuchen zu streamen. Nun gut, dann würde ich sagen, Support ist ja eh kein Mod. Credit Code ist, wenn ihr schon im Shop seid, um euch was zu kaufen, bitte tragt den Credit Code ein. Nicht von mir, sondern von nur Problemen. Bis dahin. Tschüss, bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik